Heyo, herzlich willkommen. Wir haben ein paar... Sind es News? Ja, irgendwie schon. War aber erwartbar, dass wir wieder ein kleines Halloween-Special bekommen. Und ich will es ein bisschen mit euch diskutieren, denn das ist leider nicht so cool, wie es mal war. Was? Ist es nicht schlecht oder so? Das will ich nicht sagen. Aber ich sag euch, was ich daran nicht so cool finde, wie in den vergangenen Jahren. Dann... Erstmal... Die Helme. Ich lass mal hier dieses wunderschöne... Da seht ihr alles, was es gibt. Vanduul-Masken, diese... Diese coole... Diese Maske und so weiter. Es gibt es alles. Könnt ihr... Könnt ihr kriegen. Aber... Und jetzt kommt's... Ihr könnt es nicht mehr dauerhaft kriegen. Nein, das findet sich jetzt und das steht hier... Available as In-Game Loot. Also... So. Hier. Hier. In dem Abschnitt könnt ihr es lesen. Gibt's nur noch als In-Game Loot. Gibt neue Varianten. In anderen Farben. Nicht von der Vanduul-Maske, aber von der anderen Maske. Die Vanduul-Maske gibt's aber auch als In-Game Loot. In-Game Loot bedeutet aber... Dass ihr den einmal lootet und dann durch ein 30k sterbt und dann ist der weg. Oder durch irgendwas. Oder einfach ganz normal. Muss ja kein Bug sein oder so. Aber ihr verliert die Ausrüstung dann halt. Gegebenenfalls. Ist natürlich genauso bei den Vanduul-Masken oder so, die wir durch Events bekommen haben. Aber... Ja. Äh... Was soll ich sagen? Es ist halt schade, dass sie hier einfach nur die Masken nochmal recyceln. Und sie aber nicht dauerhaft an die Leute rausgeben. Äh... Ich fand das ganz schön, was sie da gemacht haben, um diese Masken quasi an die Leute zu bringen. Was man da für In-Game machen musste. Jetzt ist es ziemlich diffus. Man muss einfach looten. Ja, man muss einfach suchen danach. Die gibt's irgendwo. Finde ich nicht so cool, wie eine Aufgabe zu erfüllen und die dann dauerhaft zu bekommen. Aber... Aber naja. So viel dazu. Ansonsten hat CIG, und das ist mein zweiter Punkt, der mich stört an der Veranstaltung. Ich sag gar nichts gegen die Community-Events oder so. Das ist alles top. Top. Also, warum nicht das mit den Kürbissen, was da immer rauskommt. Das ist ganz toll. Ähm... Und ich hab auch nichts dagegen, dass CIG Paints verkauft und so weiter. Aber das, meine lieben Freunde, das nennt sich, und ich bin hier jetzt mal ganz wagemutig und sage es beim Namen Grün. Das ist die Farbe Grün. Und nein, ich werd nicht müde, das jedes Jahr wieder zu sagen, wenn sie das machen. Und bei jedem Sale. Ich werd nicht müde, das immer wieder zu sagen. Das ist einfach nur Grün. Das ist kein ghoulisch Pain-Dingset. Das ist Grün. Metallic Grün, ja. Es ist Metallic Grün. Aber es ist nur Grün. Das ist nur Grün. Das ist ne Grundfarbe, die sollte einfach für... All das, was ich hier gerade sehe, das müsste alles in-game zum Kaufen sein, einfach. Ist es aber nicht. Die meisten Schiffe hiervon, da kann man gar kein Skin-In-Game kaufen. Gar kein Pain-Job. Schon gar keine Grundfarbe. Und dann haben wir hier einfach Grün. Ich rede auch gar nicht über den Preis oder so. Meinetwegen sollen sie 20 Euro für die Paints verlangen. Aber für halt coole Special Paints und nicht für Grün. Aber hier bei der Cut-List, da sehen wir, da gibt's immerhin noch ein grünes Cockpit mit dazu. Wisst ihr was? Okay, nehm ich raus aus der Gleichung. Kack, äh, Kacklis mit grünem Cockpit. Nichts gegen die Cut-List, ich liebe die Cut-List. Ähm, aber die backen hier vor allen Dingen. Aber es ist halt einfach nur Grün. Obwohl, ich weiß nicht, vielleicht ist es hier bei der Caterpillar, da sieht's auch so ein bisschen aus, als ob das Cockpit auch Grün wäre. Aber ich mein, auch das, ne, warum können wir das nicht einfärben einfach? Das wär doch viel geiler. Ja, und natürlich könnt ihr wieder den immer selben Helm kaufen. Äh, das, dadurch verlieren die ja natürlich so ein bisschen an Special-Wert, so. Das ist, jetzt kann man die halt jedes Jahr immer wieder kaufen. Dann hat sich's halt nicht gelohnt, die zu kaufen. Und was mir das dann so sagt, als jemand, der auch gerne so Special-Items sammelt, dass ich die Sachen einfach nicht kaufe, die CIG anbietet. Weil es die eh jedes Jahr wieder aufs Neue gibt. Ne, das, wenn, das ist ja kein riesiger Aufwand. Die machen einen neuen Helm, bam, packen den rein, den alten gibt's nicht mehr zu kaufen. Und dann haben wir das. In-Game-Loot. Wie gesagt, ne, ich bin, ich selbst, ich hab sehr, sehr viele Stunden ins Spiel gesteckt, um diese Wendel-Maske mir zu verdienen. Das war ja richtig hart damals. Ich hab das auch nicht gecheased, sondern ich hab wirklich PvP gemacht. War ein PvP-Event, man musste mit bestimmten Schiffen bestimmte Anzahl an PvP-Kills machen. Und dann hat man die Maske bekommen. Hab ich gemacht. Und wisst ihr was, mir ist das komplett egal, dass sie das jetzt in-Game als Loot anbieten. So soll's sein. Das find ich sehr gut so. Ne? Aber dann doch bitte auch die Helme hier unten. Und dafür halt einen neuen verkaufen. Keine Ahnung, irgendwas. Es ist halt... Derselbe Helm jetzt seit zehn Jahren in den drei Farben, den es den gibt. Naja, zehn Jahre, ne? Ihr wisst, ich übertreibe. Aber passt mal auf, in sechs Jahren übertreibe ich nicht mehr. Da hab ich dann die Wahrheit gesagt. Das ist immer gut, wenn man sagt, in der Zukunft werde ich die Wahrheit gesagt haben. Also... So. Äh, ich hoffe auf jeden Fall, ihr schreibt mir auch eure, ähm... Oder die Wahrheit. Eure persönliche Wahrheit zu diesem Thema her. In die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Blackout schreibt hier, wenn ich an eine LTI, ähm... Vulture bekomme, kaufe ich mir den Skin. Kann ich auch verstehen. Das ist ja... Ich kann ja verstehen, dass die Leute grün mögen. Ich mag ja selbst auch grün ganz gerne. Ich würd mir sogar auch einen von denen kaufen. Hä? Ich bin da ja auch nicht im Huhn dagegen. Genau, Freeze. Oh nein. Oh nein. So. Ähm... Na gut. Was, äh... Solche der Welt fragt, ist Vulture grün auch in dem Package von letztem Jahr drin? Das kann ich dir nicht sagen. Ich würd aber mal sagen, im Zweifelsfall nicht. Weil das hier ist ja jetzt das Ghoulish Green 7 Paint Pack. Und letztes Jahr war's eventuell... Ich weiß nicht, was es da für eins war. Aber da hieß es vermutlich auch anders. Sobald's einen anderen Namen hat, kannst du dir so ziemlich sicher sein, dass es, ähm... Was anderes auch ist. Futur 2. Viel zu selten genutzt. Auf jeden Fall sind es da. Finde ich auch. Finde ich auch. Ähm... Blackout... Blackout verabschiedigt sich hier, äh... Aus diesem YouTube-Video mit einer sehr kontroversen Aussage. Äh... Dass er die meisten, äh... Drake-Trippe vermisst halt. Ähm... Und weißt du was? Weißt du, was ich für Mist halte? Ähm... Ich überleg grad. Jedes Schiff hat seine Daseinsberechtigung. Nein! Den Cyclone. Warum hat er keine Windschubsscheibe? So, und damit mit der Aussage verabschiede ich mich jetzt aus diesem Video. Ähm... Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Im Stream geht's jetzt natürlich noch weiter. Und bis bald. Wenn ihr Lust auf mehr habt, da ist mein Vlog-Channel. Und dienstags und donnerstags gibt's natürlich immer live auf Twitch ein bisschen Action. Was passiert hier? Warum... Warum wache ich mit Black Screen auf? Weil ist es... Hä? Wir brauchen immer вас Energia. Aber da sind ja die Lupe, hier ist natürlich ein... Wir brauchen, wir brauchen hier auch nicht um so ein bisschen... Aber das ist ja auch so ein bisschen... Aber da sind ja die Lupe, hier ist ja auch so ein bisschen schwierig... Wir brauchen uns mit dem... Und die Lupe, hier ist ja... Und der Urheiler ist ja so ein bisschen plates- und das ist ja auch so ein bisschen... Vielen Dank.